So, da sind wir wieder. Ja, da reden wir mit Paula. So, wenn du nichts dagegen hast, könntest du ja mal untersuchen, was Obco es hier so treibt. Klar, mach ich. Danke dir. Ich sehe hier rein gar nichts. Jetzt muss ich mal suchen wieder. Die Kanalisationsdokumentation fehlt. Das System geht tief runter. Der weiß, was da unten so lauert. Hier steht, Sie haben einen Spähposten oben auf Dots Drugstore. Was genau spähen Sie da aus? Ich muss ja hier vorne bleiben. Ich muss hier vorne bleiben. Wo ist das letzte Ding? Das ist nix. Irgendwann muss doch noch was sein. Schicht abgebrochen. Das ist mir hier. In einer tiefen Sicht. Was haben wir denn hier? Da. Umgestürztes Auto. Auto auf dem Dach. Weißt du, was es damit auf sich hat? Ein Pfad der Zerstörung. Dem Obscurus gefolgt ist. Die suchen halt was. Und dieses etwas ist ziemlich gefährlich. Weißt du was über den Posten auf Dots Drugstore? Ja, da war wochenlang ein Sniper stationiert. Okay, ich schau mir das mal an. Klingt gut. Nur zur Info. Alle meine 512 Podcast-Follower freuen sich sehr über unsere neue Zusammenarbeit. Okay, also. Ich freue mich auch enorm. Bis dann. Alles klar. Ich habe da aber hier hinten noch was gesehen. Da werde ich nochmal hingehen. Und guck mal, was da ist. Hm, was hat man denn da? Gehen wir natürlich mit. Alles, ne? Und rüsten uns auch nochmal ein bisschen auf. Was haben wir noch an Waffen? Na, Kampf. Schusswaffen. Was tun wir da weg? Ich glaube, die tun wir auch wegschmeißen. Und nimm uns noch das Sturmgewehr mit. Was haben wir hier sonst noch? Da haben wir uns Auflagen noch. Da nehmen wir noch die Stützer mit. Das war's, glaube ich, schon hier unten. Was haben wir denn hier? Ist klar. Das war's dann. Was ist denn das? Das ist der blaue? Das ist oben. Alles klar. Egal. So. Wir haben noch ein Level erreicht. So. Brüllen. Na ja. Wollten wir aber jetzt nicht machen wollten. Glaube ich. Ich glaube, hier war das, was wir da machen könnten. Aber das war das. Okay. Stimmt. Wir wollten den Waffen-Slot erweitern. Wollten den Waffen-Slot erweitern. Was ist das denn jetzt? So. Ja, hier haben wir's doch. So, dann überweiten wir das mal. Direkt. Kannst ja eine mehr tragen. Also kannst du die auch mitnehmen, oder? Nee. Was haben wir denn da jetzt erweitert? Hm. Komisch. Dann nehmen wir die noch mit. Was haben wir hier? Na. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Ja. 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 Da brauchen wir nicht unbedingt anziehen. So. Na ja. Gehen wir mal raus. Pistole. Ja. Warum nicht unbedingt. Da oben sind sie wieder am Rumballern. Dann gehen wir da raus. Dann muss man direkt um die Ecke irgendwie. Äh. Hey Brad. Unsere Söldnerfreundin. Solche Umweltschänder ständig. Aber ich check das mal. So. Wo umstellen? Die scheinen auf der Jagd zu sein. Wonach auch immer. Hör dich mal um. Mach ich. Oh ähm. Jetzt muss ich halt mal da hinkommen. Ohne jetzt aufwurzumachen. Da schießt doch einer. Aber wo? Da drüben. Äh. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Zitelsteiner. Alles klar. Oh ja. Oha. Da stimm ich wieder rum der so schlägt. Und ich direkt einfach mal einmal umzuschlägt. Ja. ja ich weiß auch noch mal wie man da hinkommen wir müssen das haus kommt jetzt schlagen wir uns ein bisschen durch danke einmal hier bitte mitnehmen und einmal hoch die kamera ist manchmal erst ätzen und scheiß hast du teufel ist denn hier los herumschießen die soziale schon mit gut level kann man eigentlich gut hier aber auch da haben wir noch ein exos anzug an die kunst ganz strahlen alles klar dann gehen wir mal rein ich weiß dass hier irgendwas ist ich erkenne den zusammen über jeden Fall auch ein versteckt würde ich sagen das haben wir da schön jetzt muss man kurz raus sehen schusswaffen die kann man wegschmeißen nimm dir mal die sprung bitte ja danke so da war aber noch eins und noch eins und noch eins das weiß ich hier weiß es doch wir haben es doch heilige scheiße das war kein zombie zumindest hoffe ich dass was sie auch jagen es macht auch auf sie das sind kampfhandlungen vielleicht kann ich ein bisschen zu und da was seid ihr typen her meine nächste station kenne ich schon wir haben ein karten karte war hier genau da war da war mit deutsch drinnen wie ist es safe aus oder nicht ach so ja ich glaube da muss ich dann glaube ich hin ich habe keine ahnung wie das jetzt normales funktioniert es sind noch ein paar sachen gut für alles gehabt dann gehen wir raus zu feuerwehrwachen hey hola hier du könntest da draußen nebenbei gleich ein paar stories recherchieren für den podcast wenn ich dazu komme alles klar ich schicke dir was ich habe und nun spute dich ja posten frank hol dir die story finde die wahrheit heraus ich melde mich später ich muss da hinten gehen alles klar ich habe keine lust zu kämpfen ich habe keine lust zu kämpfen ich habe immer noch jakieś ob den weg ich habe da mit dem weg können wir Budget brauchen ja das wollte ich nicht alles klar ja Saints ja nützlich Sollte ich mir heute erzählen. Hallo. Jetzt noch Hilfe! Hallo! Komm, komm schon, komm schon! Krieg ihn da hin! Ja, du hast es doch eh nicht drauf, also wirklich! Scheiße! Ich haue ab! Ja, nehmen wir auch direkt mit. So. Das ist fast leer, alles klar. Wir müssen aber dahinten. Da hinten. Wir müssen aber dahinten. Kann ich das Auto zusammenbasteln? Ja. Was macht ihr denn da jetzt? Kommt man da jetzt rein? Na, alles klar. Ein bisschen auf die Sachen. Einmal. Naja, egal. Äh. Äh. Wir müssen nach da hinten. Wie weit ist es da noch? Weil wir haben das geschafft. So. Ja, dann gehen wir auch mal nach da hinten. Oh, scheiße, 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 scheiße! Ich sag mal, dann hier schon. Mach auf! Ja. 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 Das müsste ich hier sein. Hallo. Lasst mich mal vorbei hier. Ich bin ein Diva-Zombie. Ich möchte nur liebe Zombies. Irren der Ende. Ja, alles klar. Aber ich muss hier hin. Das ist doch, glaube ich, mit dem Weihnachtsmann, ne? Ja. Das ist doch übelst ätzend, finde. Da komm her. Da bin ich mal gespannt, ob ich den nicht schaffe. Ich glaub's aber weniger. Ich glaub's nicht, dass ich das schaffe. Auch ein Ball. Die nehme ich natürlich. Nein. Die nehmen sie auch mit. Ich muss mal den scheiß Stuhl da weg. Ja. Äh. Oh Gott. Ah, na. Schmeiß mir die weg. Den Stuhl wollte ich nicht. Das ist so blöd wie die. Ja, das. Spielzeitkonon. Nimm ich gerne mit. So. Dann probieren wir mal unser Glück. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dieser schlägt mir mal natürlich auch mit. Sinn. Also. Alles klar. Dann versuchen wir es. Was zur Hölle? Der Winter so hart. Flipp dich zierfülle Knochen rein. Frank war nicht brav. Und nun ist er ganz allein. Oh. Willkommen in meiner Grotte Frank West. Bereit für eine kleine Abrechnung? Abrechnung. Na komm her. Was zum Geier? Wie ist das? Nein, ich krieg nicht genug. Und ich dachte die Zombies wären die Ärsche. Abrechnung. Na komm her, komm her. Wo bist du denn? Da bist du doch Aua, Aua, Aua Gott, lass mich den diesmal schaffen Ich muss mal gegen den Aua Das wollte ich jetzt nicht eigentlich Ich wollte leben Ja, danke Geht doch Schöne Grüße von Weihnachtsmann Unglaublich Sogar Santa steckt da mit drin Das ist so viel Reicht auch zertür mich? Ja, das kommt wohl nicht in mein nächstes Buch Danke Okay Dann würde ich auch sagen Ist dann schon wieder die Folge schon zu Ende Und ich hoffe es euch gefällt Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen oben Und bis dann Ciao So 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 So